Ich liebe so Spieler wie Ko. Ich denke, wir ergänzen uns sehr gut auf dem Platz. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten und deswegen haben wir ihn auch verpflichtet. Ein Kursspieler, der natürlich auch sehr, sehr ballsicher ist, auch zweikampfstark, Dinge gut antizipiert, schlau ist, in einem guten Alter ist und alle Anlagen hat, auch auf diesem Top-Level zu glänzen. Ich bin schon ein bisschen ruhiger Typ, ähnlich wie ich. Ich bin jetzt auch nicht der große Lautsprecher. Aber es ist natürlich auch nicht immer einfach. Er ist eine neue Mannschaft, spricht die Sprache nicht. Er hat nur Englisch oder Japanisch dann, aber leider kommt uns niemand in Japanisch. Aber ich denke, er hat sich gut eingelebt hier. Ich denke, wir haben ihn sehr gut aufgenommen und ich hoffe mal, dass er sich wohlfühlt bei uns. Er ist ein großer Defender, er ist ein National Team-Spieler und wir sind sehr glücklich, ihn zu haben. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr ballsicher, hat ein gutes Passspiel und ich glaube, es ist ein sehr positiver Fall. Er ist ein großer Faktor für die Mannschaft. Er ist ein großer Faktor für die Mannschaft. Er ist Fredericht, weiß ich, dass er nicht die Mannschaft ist. Der Erste, lassen sich natürlich ganz gut aufnehmen, oder leistens von Kabel oder in der Mannschaft. Er ist keine Mannschaft. Er ist ein gutes Passwort, das ist ein Herz. Er ist ein relativ, Gesamtungsverletzt. Er ist ein vieler Runge. Vielen Dank. Es war ein schönes Spiel, aber ich bin sehr glücklich. Hofmann bringt die Ecke rein, kommt hoch, findet Itakura den Ball noch mal! Remrik Wanschein! Da bleibt mir doch gerade die Spucke weg! Itakura köpft den Ball rein auf Benze Baini und was macht der? Der setzt an zum Fallrückzieher! 1 zu 1! Was ein weitererishi? Er ist einfach nur 1人 wenig, und er hat mich von einem Schaden abont, um einen 3-1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1? Das ist ein sehr einfaches Ziel, dass die� ohne je zu 3 zu 1 zu 1. Ich freue mich sehr gut! IACO IACO hat, finde ich, ein wirklich sehr, sehr gutes erstes Bundesliga-Spiel abgeliefert in seiner Rolle, die er auf Schalke auch viel gespielt hat in der letzten Abwehrreihe. Bei uns dann als einer von zwei Innenverteidigern hat, finde ich, dort ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ich liebe so Spieler wie IACO, der hat ganz viel Ruhe, weiß, wo der Ball wann hin muss und ja, also hat mich jetzt nicht überrascht, dass er ein vernünftiges Spiel gemacht hat. Mir hat er sehr gut gefallen, doch, hat Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu spielen. Ich denke, wir ergänzen uns sehr gut auf dem Platz, verstehen uns gut und ja, wir hatten jetzt gestern nicht am Anfang schon ein bisschen mehr zu tun, aber danach halt nicht mehr so, weil wir auch viel Ballbesitz hatten, aber ja, ich habe ein gutes Gefühl mit Coe, ich fühle mich wohl mit auf dem Platz und ich denke auch, dass das so in den nächsten Spielen sein wird. Nach einem Bundesligaspiel, die er jetzt in seiner Vita stehen hat, bin ich noch nicht bereit, irgendwie das hohe Lied auf Coe, der Cura zu singen, sondern das muss man erst langfristig nachweisen. Ist nicht seine Schuld, dass er bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, mehr Spiele auf diesem Level zu absolvieren, aber es ist schon ein Unterschied. Dann in den Stationen, wo er vorher gespielt hat, ja, ob das in Holland war oder dann, ich finde, eine herausragende Zweitligasaison auf Schalke gespielt hat, ist trotzdem ein anderes Level jetzt auf Bundesliga-Level für Borussia Mönchengladbach, das ist einfach so. Sie haben eine Art von Schalke, die wir jetzt in der Zeit zusammengebracht haben. Ja, ich habe heute einen Spiel gegen Schalke und den Spiel. Ich will jetzt in den Bericht auf Borsche und den Stadion zu spielen. Ich glaube, ich bin sehr überzeugt von Borussia Mönchengladbach. Ich bin sehr froh, dass ich das Spiel, um die Stadion zu spielen. Ich freue mich noch zu sein. Ich bin froh, dass ich dieses Stadion zurückgekommen bin. Es war wie ich erwartet. Es war eine verrückte Atmosphäre. Ich wusste, dass es immer eine schwierige Spiel gegen Schauke war. Der Bolsia-Fan kamen auch an diesem Stadion. Es war eine schöne Atmosphäre. Sie haben es zusammen gemacht. Schauke-Fan und der Bolsia-Fan. Es war eine schöne Atmosphäre. Es stärkt uns in der Breite. Aber das weiter mit Qualität zu füllen. Da arbeiten wir hart im Training dran. Wir können Co. nur bis zur Tür bringen. Die Schritte musst du selbst tun. Momentan ist er dabei, die zu tun. Regierungen bei der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Wir wissen, dass er eine geprägt hat. Eine Sprache verbreite.